Vorweihnachtstrubel, grüner Kranz mit roten Kerzen, lichter Glanz in aller Herzen. Weihnachtslieder, Plätzchen, Duft, Zimt und Sterne in der Luft. Garten trägt sein Winterkleid, wer hat noch für die Kinder Zeit? Leute packen, basteln, laufen, grübeln, suchen, rennen, kaufen, kochen, backen, braten, waschen, rätseln, wispern, flüsspern, naschen, schreiben Briefe, Wünschen, Karten, was sie auch von dir erwarten. Doch wozu denn Hetzen eilen? Schöner wäre es zu verweilen und vor allem dran zu denken, sich ein Päckchen Zeit zu schenken. Und bitte lasst noch etwas Raum für das Christkind unterm Baum. In diesem Sinne wünsche ich allen ganz viel Zeit mit all ihren Freunden und Lieben und besinnliche Weihnachten.